Moin Leute, hier zurück bei Halo und Finna mit schwerer Sturm, rein geht's und es wird stürmisch, Moment, ich muss noch mal meine Boonie reinhauen hier, die werden auch immer weniger, aber die Boonie bringt mich voran, wie gesagt, aktuell lebe ich noch meinen Helden von Reach Pass, meinen Season 1 Pass, den ich damals gekauft habe, für echt Geld, vorher habe ich natürlich dann hier noch den Verbandenerer fertig gespielt, aber habe nichts dazu gekauft, sondern einfach freigespielt, ist ja immer noch gratis, wie gesagt, bin mal gespannt, wann die neue Season anfängt, da bin ich mal gespannt drauf, muss ich jetzt auch bald irgendwann mal starten wieder. Und ja, mal gucken, was da noch kommt, ne, sehe nur alles kosmetische Sachen, die man hier freischaltet, aber man kann sie halt ab und zu auch gebrauchen, wenn man ein Spiel öfter spielt, dann wird man natürlich auch hübsch aussehen, ne, da sind die kosmetischen Sachen auch nicht so schlecht eigentlich. So, mal gucken, wie ein Team ist, mal gucken, wie ich mich schlage, Ausblick, die Map finde ich eigentlich ganz gut, kann man sehr viel arbeiten mit dem Enterhaken, was immer das, wie das Ding auch immer heißt, mal schauen, was wir hinkriegen hier, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das Matchmaking eingermaßen jetzt wieder funktioniert oder nicht, aber muss jetzt nämlich gar nicht funktionieren, sozusagen. einer erwischt das war schon wieder gehen auch sehr taktisch vor also die ja das ist natürlich für eine waffe noch probiert dann aus verdammt ja so kann man es ganz gut machen aber das team muss natürlich auch mit spielen in dem das ist natürlich die scheiß waffen mit den waffen kann ich nichts anfangen leider das bringt gar nix ja mit den waffen ruhig da eigentlich gar nicht rein das hat einfach keinen sinn das waren genau zwei waffen also eine nahkampfwaffe und dieses andere dinge da kannst du ja vorwärts von der treten schwein gehabt dass du nicht die flagge holen konnte denn ich auch sein mann ente haken hast du guckst du auch durch aus der wäsche dann hinter haken war da kann ich ja vielleicht ja könnte ein bisschen länger dauern eventuell das spiel abwarten wie gesagt sobald hinter haken action ist das deutsche verkackt ist aber eine afk liebe ich ja auch immer wenn die afk sind afk mag keiner meine damen und herren ist einer raus bei uns ja ich glaube schon das ist aber schon ein neuer reingekommen ja das ist halt eben die afk sind beigetreten okay ja mal gucken ob der vielleicht besser ist und der vielleicht mal im team bleibt nein er hat sich gedreht alter wie schnell der sich denn gedreht also schnell kriegt das nicht hin jetzt guck mal jetzt machte hier den ente haken style und ist gleich durch da hinten das war's ja komm das war's wieder das war diese kombo ente haken klage geklaut einmal lang geslidet da und dann war's das ey das hast du einfach keine chance kannst du vergessen bringt gar nichts mehr also kannst du direkt aufgeben yo yo ist klar naja wie mach ich erstmal weiter schieß einen drauf du bist jetzt in dem team sehr recht ausgeglichen sag ich mal so noch eine andere waffe hier hier gerne noch was anderes das sind wir hier eigentlich nicht so gerne ok nein soll ich die waffe nehmen nein ich wusste nicht wo ich in welche richtung ich mich konzentrieren soll ich wurde von beiden Seiten angeschützten ey oh ne du leck mich ey wo ist der yo dieser blöde pfeil realistische flugbahn kackte nach unten runter ey yo tritt wieder nicht ich liebe es wie das spiel funktioniert super super ja ich freu mich juhu ich mach jetzt schon camping ich mach jetzt hier einfach nur runter abcampen und dann ist gut ey na ja 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 also das ist natürlich scheiße ne da brauchst du ja echt einen guten spieler der sich da rein sneakt da hinten in die base ist und dann äh schöner alle weg macht auf einmal Gravitationshammer oder so das wird nicht passieren das wird nicht passieren ja ist klar ich war da schon wieder hinter der wand ey oh wie ich diesen Gravitationshammer hasse ne also der ist so unlogisch ab und zu wenn ich den habe ne passiert gar nichts wenn die den haben dann schießen die alle mit ein 2 ey super Sache ey mach den die Pop dann ey hm hä wo war der hat die den gesehen ich nicht wtf nerf mir schon wieder ab kann ich angehen ach komm connect doch mal richtig Oh, 3er kill. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, aber keiner geht nach vorne, keiner ist da. Schon wieder verkackt. Schon wieder verkackt. Der ist da alleine rum, der hat eh keine Chance. Tja, Team, ne? Das ist ja auch immer eine Sache mit den Teams, ne? Das klappt ja nicht immer. Wenn die Teams halt nicht funktionieren, dann müssen wir das nicht. Wo sieht's denn hier aus? Lass mich nach Hause, Rider. Lass mich nach Hause. Einmal gut gelaufen hier und schon läuft's. Schwäge. Da hat er mir eben die ganze Leute vom Hals gehalten. Das war schon ziemlich gut. Äh, was war das denn schon wieder? Granate? Naja, wir machen weiter. Mal gucken, was passiert. Wir sind alle mal gespannt, ne? Ja, 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 ja. Wir lieben dich. Nicht. Wo ist denn mit dem anderen hin? Was war das? Äh? Was war das? W-w-w-hä? War ich das? Nein, das war ich doch nicht, oder? Hab ich mich verklickt? Kann sein, dass ich mich verklickt habe. Upsi. Was? Ne, noch nicht. Ich dachte gerade, wenn es ein Sniper. Ich hab die da eben alle ordentlich erwischt gehabt von hinten. Ich hab die Granatebande hinten rangeworfen. Hat aber doch nicht gefruchtet. So ein Mist aber auch. Der kommt schon wieder angesegelt da irgendwo. Ja, ist klar. Ich liebe es. Wie oft soll ich den noch treffen? Wie oft soll ich den noch nicht treffen? Ich hasse sowas. Wie gesagt, drehe ich am Rad, drehe ich da, ey. Rad. Rad, 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 rad. Lass mich nach Hause. Lass mich nach Hause, Zwerge. Schütz mich. Uhu. Oh, keine Muni mehr. Das ist natürlich schlau. Das ist natürlich richtig schlau, wenn man keine Muni mehr hat. Richtig schlau von mir. Aber ich hab noch nie so schlau geil gespielt. Also das war bis jetzt echt das Beste, was ich je gemacht hab. Ne. Ja, auch so betroffen. Mich gar nicht. Fuck. Fuck, 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 fuck. Lass mich wieder starten. Los. Ja gut, dass er die Flagge genommen hat. Ey, haben wir Schwein gehabt. Oh, da kommt wieder einer angesegelt irgendwo. Da kommt doch wieder irgendwo einer angesegelt. Da seh ich ihn doch. Ja, ha, 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 ha. Äh. Sorry. Sorry. Hä? Wo willst du hin? Ist du weg oder ist du nicht weg? Oh, da kommt er gleich wieder. Wo ist er jetzt? Lass ihn los, Alter. Da kommt schon wieder einer angesegelt. Gute alte Zuverlässigkeit. Nein. Nein. Nicht so. Nein, nicht so. Ich hab da keinen Bock drauf. Scheiße eins. Ja, unfairer Kack, Alter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Erlebt mich doch, ey. Wieder so ein Müll, ne? Wieder so ein Müll. Wir lieben es nicht. So ein Dreck wieder. Ich hasse es, wenn sowas passiert, Alter. Also wenn ihr merkt, dass ihr alleine seid, ne? Dann müsst ihr probieren, einfach nur die Leute ein bisschen zu triggern und aufzuhalten. Sonst habt ihr echt keine Chance, ey. Was? Lass mich! Ja! Ja! Ihr könnt mich alle mal. Ja! So ist das Spiel. So! Geil! Freut mich, Alter. Oh, war das anstrengend. Ja, sind da eine Emotionen drin. Das PvP, ja? Ich wollte jetzt eigentlich mal einen abholen. Hat funktioniert. Gott sei Dank. Boah, ja. Wenn ich hier zuvor rumgeschrien hab und sowas alles, dann ist das für entschuldigen. Ist halt PvP, ist halt emotional. Ist halt so. Kein' ich erinnern. Das bleibt auch immer so stehen bei mir. So ist es. Wie gesagt, das Spiel macht trotzdem Bock. Auch wenn es einfach uns so richtig nervt. So, das sieht auch gut aus. Alles abgeschlossen hier. Was ich abschießen wollte. Ein paar Sachen freigeschaltet. Auch gut. Genau, das wollen wir sehen. Ja gut. Ich hab mich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Hier bin ich ziemlich oft draufgegangen. Aber ich wollte halt immer die Flagge holen. Das war wichtig. Dreimal die Flagge geholt, Leute. Dreimal die Flagge geholt. Das war jetzt wichtig. Wie gesagt, erobert dreimal, ja? Abschlüsse sind 16, Tote 25. Ihr könnt euch in der Haare schmieren, wenn ihr welche habt. Ist egal. Ein paar Sachen abgeschlossen. Aber insgesamt ging es halt einfach nur darum, dieses blöde Match zu gewinnen. Ja, dann ganz Team. Ja, das hat doch irgendwie funktioniert. Auch wenn der eine da hier, der hier rechts hier leider am rumeideln war. So an sich war das ja okay. Wie gesagt, guckt euch auch immer nochmal an hier, was es mal so für News gibt. Wie gesagt, hier herzlichen Glückwunsch an, was ist das, Face-Clan oder so. Ja, keine Ahnung. Die haben doch was gewonnen. Dann gibt es hier auch noch irgendwelche News. Da auch noch welche. Hier auch noch. Also, ja. Immer alles durchlesen und gucken, was es gibt. Danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Halo und Findet. Tschüss.